Mount St. Elias. Ein unberechenbarer Berg mit der längsten schneebedeckten Vertikalen der Welt. Jetzt zu sagen, haben wir nicht gewusst, dass das gefährlich ist, es wäre eine feige Ausred gewesen. Weil das haben wir gewusst. Du willst was Großes machen, dann musst du was Großes hergeben und dann musst du einmal mehr riskieren. Wenn es gut geht, bist du der Held, wenn es schief geht, bist du tot. Die drei Ski-Alpinisten Axel Naglich, Peter Ressmann und der Amerikaner John Johnston stellen sich der Herausforderung der längsten Ski-Abfahrt der Welt. Hinterher bist du immer gescheiter. Hört nichts. Wir haben gesagt, wir gehen da rauf. Vom Gipfel des Mount St. Elias bis zum Golf von Alaska. Ein Kampf gegen die Natur. Und vor allem gegen die eigene Psyche. Was zählt, sind Mut, Erfahrung, Instinkt und Glück. Mount St. Elias. Der Film. Im Kino.